Hallöchen und herzlich willkommen zurück will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugegeben, äh zugegeben, 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 dass ihr uns toll findet, daumen hoch gegeben und zugeguckt, ja, es hat sich jetzt gerade in meinem Kopf vermischt. Ähm, ja, ähm, wir wollen heute, also ich will heute das Rathaus fertigstellen, zumindest den Bau, nicht das Interieur, das kommt später. Ach ja, und der Boden, der muss ja auch noch sehen. Ich habe gerade eine waghalsige Idee, wie wäre es mit Sand? Ja, probieren wir. Geht eigentlich, ne? Geht, ne? Machen wir ein bisschen höher. Äh, ist das hier die Treppe weg? Egal, ich mache mir eine. Wir haben uns überlegt, ähm, mehr, ähm, was ist denn das Gegenteil von Offscreen? Onscreen? Online? Onair? Onair? Openair. Openair. Äh, mehr Openair zu machen. Nein, aber wir machen halt mehr in der Folge jetzt. Das sieht so ja richtig Töfte aus. Das sieht, das geht, ne? Das kann man tatsächlich machen. Ja, dann lass uns das so machen, würde ich sagen. Schön, geil. Du musst eh mal bald ganz weit weglaufen, da ein paar Teleporter irgendwo verteilen und dann ein bisschen die Wüsten auseinandernehmen. Ja. Lol. Habt ihr das gesehen, Leute? Ihr habt's gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Da war ein fliegendes Rockstar. Okay, ein fliegender Rockstar. Oh, komm mal her. Oso, warte, Mau, ist mal fertig und dann komm her. Ähm, ich versuch's, ich versuch's. Nach besten Möglichkeiten. Ich spring runter. Das hat keinen Sinn mehr. Ja. So. Zack, zack. Zzzz. Die hier irgendwo, weißt du? Ey, das geht. Das sieht richtig geil aus. So gefällt mir das. Dieses Leuchten von dem Sand irgendwie. Ja. Von den, von den Lampen. Das kommt voll zur Geltung. Ja, was ist, was ist denn? Ich war hier und sie guckt über den Berg. Auf einmal fliegt dann ein Rockstar über den Bergturm und fällt nach unten. Und das war irgendwo weiter. Ich hab letztens irgendwo in einem Video, das ging, glaub ich, ein paar Sekunden gesehen, wie ein Leafy einfach 100 Meter in die Luft springt. Das muss super Leafy gewesen sein. Ja, die Bugs sind manchmal schon ganz witzig. Ja, die sind echt witzig. Besonders der Spring-Bug. Was ich nochmal herausfinden wollte, ist, ob man sich dem selber zufügen kann. Diesen Spring-Bug. So, Leute. Was wir uns noch überlegt haben? Haben wir jetzt in der letzten Folge angesprochen, dass wir einen Marktplatz bauen? Nee, geht nicht. So halbwegs nur, ne? Ich glaub, haben wir gar nicht, nee. Okay. Haben wir heute so geschlossen. Ja, wir kommen mit einem Marktplatz zu bauen. Oh, es wird dunkel, es wird dunkel. Ich wollte mir doch den Baronen angucken, wenn's dauernd wird. Du brauchst noch Sand auf der anderen Seite, ne? Äh, ich hab noch 44, ich weiß nicht, ob das reicht. Okay. 1, 2, 3, dann mal 6. Und ich hab mir das überlegt, zu diesem Marktplatz, wir bauen den hier hin. Hier fangen wir an. Und der geht dann hier hin. Wir wissen noch nicht, was wir genau alles bauen. Das Pixie streckt uns den Arsch hin. Und dann soll's hier, wenn's geht, hier ein bisschen hochgehen. Upsala. Hier soll der Marktplatz noch hochgehen, hier kommt eine Treppe hin. Und dann bauen wir hier oben noch ein paar kleine Häuserinnen, obwohl das echt ganz schön groß wird, war. Ja. Echt groß. Wir haben's ja eben schon mal ein bisschen besprochen, und da hab ich mir auch schon gedacht, was der Pakotra davor hat, das dauert ein paar Folgen. Aber ich würd sagen, wir fangen unten an, wir bauen vielleicht oben was anderes rein. Vielleicht können wir da oben auch ein Haus reinbauen oder eine Wohnung. Können wir machen. Und ich hab auch so gedacht, wir könnten eine Schule bauen, weil ich hab noch diese, wo hab ich die denn jetzt? Ja, ja, die Schule auf jeden Fall, aber da oben würde ich so, keine Ahnung, rechts. Ich hab mir nämlich diese Steine angeguckt, irgendwie, sieben, wo sind die da? Ich find, die passen irgendwie schon. Aber wie brauchen wir die Steine? Das ist die Frage, wie bauen wir eine Macht? Prrrr, ich glaube, du brauchst Zäune. Ich könnte mir vorstellen, dass du Zäune brauchst. So, wir müssen hier noch ein bisschen den Weg verschönern. Ich wollte erstmal noch einen Weg weiter, weil ich würde auch damit gern vorwärtskommen. Aber wir haben ja auch Zeit, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir haben's gar nicht eilig in dem Let's Play. Nö. Nö, nö. Wieso, Eile vor Weile? Ne, Weile vor Eile. Wir sind vor die Chiller. Das war's ja schon mit dem Dach her. Du hast so geschickt, hast so geschickt. Tu mir mal mit deinen Kifferanekdoten, ey. Da war's schuld. Wieso? Was ich dir sage, hörst du da? Spring mal, spring mal. Los, spring. Ah, nicht geklappt. Und da ist er. Ja, du bist tot. Oh, wie du gefallen bist. Und wie du noch zuckst, wenn du tot bist. Wo ist deine Urne? Wo ist deine Urne? Deine Urne ist weg. Wie, deine Urne ist weg? Ah, die ist im Boden. Wie kommt das denn? Ja. Auch kein Leuchttfeuer für die Urne. Aber ich verstecke halt, du mir die dich klaust. Komisch, komisch, komisch. Aber ich finde, dass man die sieht. Ähm, dann kann ich mich ja doch noch an den Boden machen. Siltstone. Ach, wir brauchen dafür irgendwas, ne? Mold. Ja, dann muss ich halt mal ein bisschen farben zwischendurch. Hätte ich gerne ein bisschen anders diesmal. Vielleicht ein bisschen cheaten. Ähm, welcher Teleporter geht in die Siltstone eben, ne? Ich brauche Mold. Mold. Mold, Mold, Mold. Was? Mold, 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 Mold. Was ist das hier überhaupt? Ein verkrüppelter Weg? Da wirst du. Das ist ein verkrüppelter Weg. Das ist einfach, ich mach das. Okay, okay, alles gut, alles gut. Dieser Weg. Was? Wird stressen? Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steiniger und schwer. Reinisch? Ja, das ist schweinig und schwer, pixig. Es geht zu, Tür! So. Die Tür geht nicht zu. Na gut, vielleicht kannst du es einfach nur nicht. Nö, 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 nö. 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 Okay, von außen geht sie zu. So, dann mach ich die jetzt auch. Oh, okay, liebe Leute. Das heißt, wir machen das mal so. Und der Weg wird ein Bucky gehabt. Schön, ein blauer Raum. Ich versuch mal ihn hier. Aber ich bin sehr froh, dass unsere Welt so ganz groß wird. Das ist Lava. So. Hier gibt's keinen Mode. Und ich bin auch sehr froh, dass immer noch regelmäßig Updates kommen. Mhm. Das bewundere ich dir. Ja, jetzt mit dieser Kaufwelle aus Deutschland wegen Gregor Orson. und Sarah Zah. Ja, das stimmt allerdings, ey. Also ich glaube, in Deutschland sind die meisten Creativerse-Spieler jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen haben die sich auch so bedankt, weil in Amerika hat das Ding keinen Hype bekommen. Nee, leider nicht. Hat der auch keinen PewDiePieller so immer angespielt. Schon wieder Lava? Lava? Kann er auch mal dazu sagen. Neil Throck. Nehme ich mit. Meins. Wieder zurück. Vielleicht der erste Teleporter. Ja, hier ist Siltstone. Man sieht auch schon, oh, das sieht schon schön aus. Mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Höhle finde. Stalaktit. Ey, wir haben vorher den Zoo hier, ne? Hier sind eine Million Leafies, Pixies, Rockstars. Sieht echt schön aus. Wo bist du gerade? Ähm, in der Siltstone-Ebene, per Teleporter. Aus dem Teleporterraum. Weil ich besuche Mold. Ist das Mold? Das ist Mud. Aber Mud brauchen wir auch. Saltrock, Siltstone, Stalaktit. Sieht schuld aus. Also, meine Kinder, kommt und vermehret euch. Ihr Kinder allein, komm mit. Jetzt geh ich wieder runter. Da kommt gerade Pixie. Komm mit, der Frosch. Nee, er ist verkörmert. Das ist ein Pixie und macht Stress ohne Grund. Wie findet man nochmal Mold am besten? Am besten in diesen Höhlen, ne? Mold. Die in der Nähe vom Stalaktit. Die sind in, genau, da sind sie. Woodfloor kann weg. Überall. Yes. Überall. Sehnen bleiben auch weg. Yes. Ja. Mud brauche ich noch. Eine Urne, Death Statue. Na gut, haben wir genug. Schmeiß ich weg. Gut. Hätt mich gerade verwirrt. Der Schwein. Bei den Marktplatz müssen wir noch anfangen. Was ich hier vorhatte, weiß ich auch noch nicht so genau. Und her, kriegst du den Kopf. Hufen weg. Die kann weg, genau. Leder brauchen wir. Stalaktit. 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 Hatten wir nicht irgendwie so eine Höhle mal. Noll. Es ist Bagisha. Bagida Schaf kennt ihr? Der kleine Bruder von Buggy, den Clown. So, wo ist das Rockstair hin? Er ist Rockstair. Motherfucker, ich mach dich kurz. Badrock. Wieso ist hier wieder Badrock? Badrock ist doch überall. Ja, aber in der Silestone-Ebene hier ist Badrock. Ja. Was? Oh, war das Mold? Ich hab Mold gefunden. Oh, nur ein bisschen. Jetzt ist ja die Frage, wie machen wir den Brunnen hier entlang? Ich würde auch gerne hier noch einen Weg hin machen. Können Sie es damit einverstanden? Ja, ist ja, danke. Ja, du, ich bin tief in der Erde. Ich kann gerade nicht viel sehen. Oh, was ist tief in der Erde? Ganz tief in der Erde, ja. Ganz tief. Was? Ah, ich falle. Warum? Guten Tag, mein Name ist Pixi und ich sterbe heute. Ah, Mold, cool. Aber es ist doch schon relativ selten. Ist das gut, oder? So, halt, halt. All das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Was, ist schon wieder vorbei? Sind das neun Minuten? Was sollst du das nochmal so sagen? Ach so. Hallo, mein Name ist Pixi und ich sterbe heute. Silksdorn. Dankeschön. Ich hab Mold, habe ich. Weißt du, Pixis, wenn ihr mich nicht angreifen würdet, dann würdet ihr viel länger leben. Dann würdet ihr mindestens bis zum Morgengrauen leben, bevor ihr verbrennt. Kannst du mir in Gefahr jetzt hören? Nö. Wie viel Mold brauche ich für den Boden und wie viel kriege ich da raus? Aus welchem Boden? Für den Silksdorn, also die, eigentlich Silksdorn-Walls, aber unseren Rathaus-Boden. Ja, hier ist noch drinne. Hast du die Dinger? Ja. Warte. Das, was wir im Starterhaus auch hatten, ne? Silksdorn-Walls. Wie viel brauchst du, was brauchst du? Ich weiß nicht, wie viel ich brauch, aber ich brauch, ich wollte wissen, wie viel Mold ich brauche. Ich muss gucken. Ich glaube, nicht so viel, oder das ist ja relativ selten. Wo soll das denn? Mold brauchst du ein. Ein, für acht. Für acht. Sehr gut. Dann hab ich jetzt fünf, dann sind es 40. Aber dann gehst du mal 20, dann bringst du das dann schon mal sehr nett. Ja, ich guck mal, ob ich 20 finde. Ich will ja auch nicht mehr so lange rumgummen. Ja, haha, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So viel Farben tue ich nicht, wenn ich aufniem. Nee, 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 nee. Komm, übertreibst du mal, wer haut mich denn hier? Nee, nee, nee. Das ist auch kein richtiges Strip-Mining, was ich hier mache. Oh, ich seh den Paco. Da hinten. Bestripst du aber in den Ball. Aha. In der Mine, ja. Oh, ich seh dich. Seh dich, Mann. Licht. Wir müssen hier die Welt ein bisschen verunstalten. Zack, zack, zack. Marder, was spielt er denn? City Skylines, ah, ja. Wer? Marder. LP. Marder, achso, der. Ja, Mann. Mold. Das ist mein Mold. Nicht dein Mold. Das ist mein Mold. Ihr Mold. Ihr Mold get mein Mold. Mehr Mold für mich. Und noch mehr Mold. Oh, jetzt hab ich die Lampe weggelegt. Und das Auge gehen, die Sieg. Ah, 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 ich bin digitiert mit deinem Liefi zusammen. Ah, so, Liefi, Liefi Keutra. Liefi Keutra. Liefi Keutra. Nach dem Tod werden wir alles Liefis übrigens, ne? Das ist ja schon klar. Ja, ist so. Wir werden wiedergeborener, zeitige Liefis. Hm. Außer ihr wart böse, dann wärt ihr die unheilige Liefis. Ja. Wenn ihr uns nicht abonniert. Was ist denn los? Ist das unser Schacht? Jupp, das ist unser Schacht. So, ähm. Ist das auch unser Schacht? Das ist auch unser Schacht. Was gibt's denn Neues in der Welt, Kenzi Wino? Äh, weiß ich nicht. Du bist doch so, äh. Ja, politisch interessiert, ne? Ja, das sowieso. Ähm. Jetzt wollte ich gerade das sagen, aber das spare ich mir. Genau, Spaß, lieber. Das hat nichts damit zu tun, dass du die NPD willst. Oh, Mann, du immer mit deinen Gerüchten. Hör auf. Nein, ich mach. Ich dachte, das hat nichts damit zu tun. Ja, 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 ja. Somit fängt's an, ey. Du bist ein Arsch. Ein Arsch. Obwohl, könnte ich ja nicht schon machen. Ein Arsch. Kann ich das in den Titel machen? Mein Lieblingsarbeitskollege ist Albaner und er sagt, ich will NPD. Echt? Ja. Ja, ist er. Genau. Frank. Crazy Albaner, der. Er kann auch Ausländer, die die NPD wählen. Das finde ich ein bisschen traurig. Obwohl, der ist mehr deutscher als Albaner. Er ist deutscher als ich. Das ist schlimm. Generell halte ich nicht sehr viel von Wahl, muss ich mal dazu sagen. Weil alles spacken. Ja. Mal kacken. Naja, wählen sollte man schon. Das geht jetzt so nicht. Aber man sollte sich auch informieren, was man denn wirklich will. Ja, nicht so wie die anderen Leute. Weil das ist auch nicht so einfach. Man sollte auch nicht unbedingt immer auf das hören, was die Politiker sagen, sondern man kann sich da auch so ein Parteiprogramm angucken. Da wird man schneller durchklug. Es wäre sogar noch besser, auf den Wahl-O-Mat zu hören, als auf die Reden der Politiker. Der Wahl-O-Mat. Ja. Ich höre Geräusche. Ich frage mich, wie auf die Idee kommen. Die müssen auch für jeden Scheiß irgendwas erfinden, ja? Ja. Ich höre einen Miro. Hier ist ein Mud. Aber kein... Willst du die Treppe dahin machen? Ich würde hier noch irgendwas. Aber täglich über die Fackeln hin. So, weil... Sonst sieht es nämlich... Sieht so knorkel aus, wie ich finde, dass es aussehen muss. Hm. Wie viel habe ich jetzt? 15 Mold. Ja, reicht. Reicht, da können wir über 100 Böden mitmachen. Wo ist denn jetzt der Teleporter? Könnten wir tun. Ah, ich finde den Teleporter, das wir sagen. Kannst du auch einfach zu meinem Teleporter kommen, dann musst du oben. Stimmt. Ich drücke T, drücke auf Pacoitra. Ich trage das. Wie ist T? Nee, T habe ich jetzt keinen Lust drauf. Knack, knack, knack. Ich bin beknackt. Aber auf quer, T. Hahaha. Ähm, wie geht denn der... Ey, was ist denn jetzt los? Wer haut denn mich da, wenn ich hochkomme? Pixi, tu schon wieder. Ich bitte dich. Reiß dich mal zusammen. Oder aus den Händen. Bitte dich. Geh mal bitte nach Hause. Geh doch zu Hause. Richtig alles... Ich habe überlegt, ob ich alle zwei Blöcke in der Lampe hinstelle oder so. Oh, aber es passt halt immer mit den Treppen nicht. Dann müsste ich die Treppen extrem unterschiedlich setzen. Oh. Es ist aber relativ gleich, ne? Zwei da, zwei da, zwei hier. Das ist ja richtig super geworden mit der Treppe. Treppe. Außer hier natürlich. Außer natürlich die letzte... Grazie, tritt die Treppe, Chrome. Das Problem ist, ich wollte die Treppe nicht ein nach vorne setzen, außer wir sieht das auch aus heute nicht. Ey, sobald man den, ich sag mal, Chunk wechselt, wechselt, ähm, kriegt man ein bisschen Framerate-Probleme, wenn man nicht so einen schnellen Rechner hat. Ja, sag ich mal. Warum ich rede wie ein Texaner? Ja, keine Ahnung. Warum bei dir also Texaner? Ja, also Raiden Texaner bei mir. Howdy, Partner. Was sagst du dazu, Lifi? Findest du das auch lächerlich? What? Das kommt im Müll. Aber das Problem ist, der Grund steht dann ganz schön nah an der ersten Treppe. Treppe, er hat Treppe gesagt. So, ein paar davon und ein paar vier von. Vinci, was sagst du dazu? Ich mach mir erstmal etwas mehr als 40. Keine Ahnung. Ich hab noch keine Meinung dazu, weil ich noch nichts gesehen hab. Ach, das ist sogar vielleicht... Was ist das denn? Alter, das ist ja geil. Guckt euch das an, Leute. Das ist ja echt voll der Zoo hier. Vinci, hier warst du schon mal im Wasser und hast nach draußen geguckt, alles voller Seifenblasen. Ah. Oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Stimmt. Das ist neu. Ich krieg Wasserschaden. Ja, weil du ertrinkst. Uah. Ich stand ja nicht unten drunter eigentlich. Nicht bei dir hundert, aber dann kriegst du noch mehr Blubberbläschen, das ist wirklich cool. Eben hab ich Blubberbläschen gesehen, jetzt seh ich keine mehr. Ja, dann musst du pupsen. Ah, wenn du im Wasser bist. Ah ja, da sind Blubberbläschen, cool. Ui, 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 ui. So, Boden. Wir brauchen Boden. Wir müssen Boden gut machen. Leute, voll schön. Ja, ja. Jetzt schon mal bei 17 Minuten. Was? Aber, komm, beim Brunnen, warst du mit? Ja komm, lass mich den Boden noch fertig machen. Ja, hier. Dann hab ich's fertig. Ich weiß nicht, ob die letzte Treppe ist ein bisschen eng dran, hab ich das Gefühl. Oh. Ja. Meinst du beim Brunnen jetzt, oder was? Ja. Ja, das sieht nur so aus. Ich find, das geht, das ist okay. Aber du, ja, aber guck mal, die sind, ähm, die, das geht immer, immer zwei. Ich find das gut so, weil die Treppe ist so, so stimmig, weißt du? Wir reißen dann den Brunnen ab. Ist so gut, ist gut, alles gut. Wir hätten den Brunnen weiter nach links sitzen sollen. Klick, 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 klick. Oh, ich glaub, das wird nicht reichen. Nein, das wird niemals reichen. Gut. Sehe ich eigentlich alles schon verbunden? Ne, hier fehlen auch noch Treppen. Träppen. Da muss ich hier ein bisschen mal die Treppen fertig haben. Träppen. Ah, das wird nicht reichen. Niemals. Ich muss nochmal welche machen. Das reicht niemals. Ich glaube, das reicht nicht. Brauch ich ja nochmal für sich, ey. Die Dekoration gehört übrigens auch zu diesem Spiel, ja? Ja, natürlich. Das ist eine der Hauptteile, sag ich mal. Das kreative Austoben ist in diesem Spiel ganz groß geschrieben, würde ich behaupten. Würde ich auch mal so behaupten. Darf man jetzt einfach mal so einen Raum behaupten, dass einfach hier so viel ist? Ja, ich glaube, das können wir auch ruhig so sagen. Doch, das können wir mit ruhigem Gewissen. Ich glaube auch, das kann man so mal behaupten. Ja, das könnte man. Muss man nicht, könnte man. Das ist ein möglicher Leichtsinn. Ja, 64 Silestone Wall. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Ja, das sieht ja auch leer. Ja, okay, gut. Aber das sieht ja schon ganz tüfte aus. Der Steg sieht auch ganz knorkel aus bisher. Ja, ist okay, ne? Der ist natürlich nicht fertig, der Steg. Wie immer, ich halte mich auch hier wundert, wenn sie was fertig machen. Was, der Steg ist doch fertig? Nein. Was willst du denn noch Stege an dem Steg machen? Ich würde gerne Stutzbeilchen haben, weil der nicht in der Luft schwebt. Ähm, der ist aus Holz, der schwimmt. Wer bist du, ich fliege? Das ist hier überhaupt ne Fliege fast noch im Winter. Der schwimmt über dem Wasser. Alter, der schwimmt über dem Wasser. Ja, das ist Holz. Magic Holz. Das berührt nicht mal das Wasser. Bist neulich mal kluger. Ja, das ist Magic Holz. Ja, richtig. Genau so ist es. Das liegt ja nicht mehr... Guck mal, selbst die Treppe schweben in der Luft, weil die nicht mal an der Erde angrenzen. Vinci-Style. Ich komm da gleich mal rüber. Komm gleich rüber. Dann gibt's auch's Maul. Die Steine hier reichen nämlich. So, das Rathaus kann jetzt dem Bauherrn übergeben werden. Ah, du bist fertig. Und das sind dann wohl die Warnleute. Aber es muss noch Interieur rein. Und jetzt gucke ich mir mal mein Steg an. Das kann ja auch nicht sein. 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 Was hat er mir da erzählt? Was will der von mir? Es ist doch alles gut. Was willst du mehr? Ja, das Rathaus ist ganz tüftif. Ich sehe. Wann, hab ich noch Holz dabei? Ich hoffe, da kommen noch viel mehr Dekorationswerklichkeiten. Nee, kein Holz dabei. Hab ich weggeschmissen vorhin. Scheiße. Boss, warum? Du schmeißt Holz weg? Ja. Aber nicht ganz weg, oder? Ja, waren nur ein paar Woodfloor. Die haben mich gerade genervt im Inventar. Warte. Über Stützpfeiler kann ich ja reden. Aber ich weiß nicht, wie wir das Problem mit dem... Ja, da müssen wir was untersetzen hier. Ja, genau. Dann sieht man das nicht. Ja, genau. Holz. Richtiges Holz. Hast du noch mehr davon? Ja, ja. Sehr gut. Man kann ja unter Wasser auch so super stehen. Kann man das? Ist ja super gelöst. Nein. Gut, nächste Folge seht ihr, wie ich das Rathaus einrichte. Und Pakotra, was macht Pakotra? Willst du schon mit dem Marktplatz anfangen gleich? Also morgen. Übermorgen in diesem Fall bei euch jetzt. Bei uns ist es gleich. Ähm, ja, werde ich... Wahrscheinlich. Oder ich guck mal, ob ich aus der Höhle noch was raushol. Ich hab noch so viele Sachen vor. Ich weiß gar nicht, was ich mach. Ich würde auch hier gerne noch ein bisschen mehr Dekoration machen. Dekoration? Eventuell werde ich auch irgendwann noch die Tage mal wieder streamen. Ich weiß, ich mach das so selten. Aber wir brauchen auch wieder Rohstoffe. Ja. Weil Kreativer Stream ist nicht so gerne gesehen, weil... Irgendwann ich... Oh, ich kann rumlaufen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Soll ich meine ganze Fanbase mitbringen? Oh, wie viel Kohle wir haben, Alter, 60. Knister, knister, knäuschen. Neh mal 3,12. Kohle haben wir erstmal genug, glaube ich, ja. Und reicht erstmal für ein paar Tage. Komm, wir gucken uns das Rathaus zusammen ein. Ja, hab ich ja bereits schon angeguckt. Ach, ist ja schon. Okay, ich guck mir das schon mal an. Ich finde auch, dass dann sieht aus wie Holz. Ja, finde ich auch. So ein bisschen, aber nur so ein bisschen. So ein Holz hätte ich hier. So ein Rückenholz, weißt du? Ja, wieso? Nimm doch Sand. Ja, ich meine halt generell. Ich finde es auch gut, dass der nicht runterfällt. Sehr realistisch gehalten. Das ist dicker Sand. Das ist harter Sand. Ja, das sieht schon geiler aus als vorher. Das hat hierzu. Jetzt können wir kuscheln. Ich liebe diese Gaslampen. Das ist so mega geil. Ja, die sind echt geil. Aber ich weiß nicht, wollen wir hier drin nicht lieber was anderes machen? Ja, das machen so ein Bordell. Das Rathaus war früher mal ein Rathaus, ist jetzt ein Bordell. Ich hoffe, dass noch ein paar... Wir haben ja diese Art-Tech-Lampen. Die hätte ich eh gerne irgendwann überall. Überall? Aber die machen so ein bläuliches Licht. Vielleicht so ein türkis-bläuliches Licht machen die. Ich hoffe, dass noch mehr Lampen bald eingebaut werden in verschiedenen Farben. Grüne hätte ich auch gerne. Grün kannst du ja theoretisch machen. Ja, aber nicht so praktisch. Blau und Gelb. Ja, ich weiß. Das Rathaus sieht auch wie klein aus, unser erstes. Aber das ist cool. Und wenn da eine Koralle drauf ist, die rot ist, dann wird das sogar weiß, das Licht. Krass, wie viel wir gebaut haben bisher. Das ist schon heftig, ne? Und ist ja auch nicht einfach so gedacht. Das hat alles einen Hintergrund. Alles ein Sinn und Zweck. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Geh mal von hier aus Richtung Brunnen. Langsam. Geht das langsam? Kann man langsam gehen? Ja, normal. Crouchen. Ist schon geil. Ja, Crouchen kommst du nicht über die Treppen. Ist schon geil. Einfach nur der Weg. Also müssen jetzt langsam Fackeln auch hin. Also Lampen. Ja, die kommen auch hin. Sieht schon geil aus. Auch wenn man da unten läuft. Und guck mal hinter die Kathedrale geht es ja auch nachher noch irgendwann weiter. Ich würde mal sagen, Screenshot. Ja. Thumbnail. Screenshot. Wenn ihr uns auf Twitter folgt, seht ihr auch öfters ein paar Screenshots, wie weit wir schon sind. Für die, die nicht regelmäßig über alles gucken. Komm, let's play. Upsala. Screenshot. Wollt ihr schönes? Wollt ihr schon mal von der Fröser? Verkäuhtra, wo bist du? Verkäuhtra, wo bist du? Bist du? Komm her. Verkäuhtra, komm her. Komm her. Screenshot. Komm mal nochmal her. Das ist kein guter Screenshot. Komm einmal mit deiner Power-Rüstung da. Ja. Oh, sexy. Ich mach mein... Nee, geht gar nicht. So. Warte. Ja. Was? Posen. Oh, ja. Ja, Posen, Mann. Ja, aber nicht schlimm. Ja, doch, unsere Rüstung. Stimmt, ja, die ist schon auf gelb. Oh. Bitter, 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 bitter. Ich steig mal daneben. Das sieht aus wie so ein... Da oben ist der Kopf. Das ist eine Hand. Das sieht aus wie so ein Goku, der gerade Kamehameha macht, Leute. Geht so. Da hinten. Nicht ganz so. Oh, wir haben schon wieder voll überzogen, Alter. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Das ist gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Daumen hoch. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Jetzt kommt der Zeigefinger. Ein Daumen hoch. Macht mal. Wäre cool. Macht's gut. Ciao. Mit Aho.